Herzlich Willkommen bei der Glaserei Glas- und Folienart in Berlin. Wir bieten Ihnen Glaserarbeiten aller Art. Von der neuen Glasrückwand über die moderne Glastür bis hin zur Reparatur von bereits vorhandenen Glaselementen. Auch für hochwertige Sonnen- und Sichtschutzfolien sind wir der richtige Ansprechpartner. Gerne stehen wir Ihnen für eine umfassende Beratung rund um unser Angebot zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder schauen Sie ganz einfach vorbei. Rufen Sie uns an oder schauen Sie ganz einfach.